Aufnahme läuft! Sag was! Warte, ich bin doch gar nicht da! Hallo! Jetzt komm endlich! Jaaa, mein Spiel macht das total... Boah, mein Spiel leer! Nein, deine Mod! Jaaa, ist alles selbst! Nein! Mod heißt, dass du es nicht drauf hast, ein richtiges Spiel zu programmieren. Still einfach ein Noob, ey! Das stimmt! Wird gerne mein eigenes machen, aber ist nicht so einfach. Klar! Ach komm, wir nehmen Tech Level 2 und dann Battle Canyon... Mach Tech Level 4! Gibt's ja gar nicht! Wie? Ich dachte, da gibt's neue Technologien in deiner Mod! Das schon, aber nicht die... nicht die Stufe! Machst alles falsch! So wie immer! So ist offen! Na, endlich! www.ntv.netz.ms Weißt du? www.ntv.netz.ms Sagt mir gar nichts! Wo ist die Page dazu? Hm... Du musst die Flash installieren, sonst geht's nicht! Was muss ich machen? Flash installieren! Flash? Das ist ekelhaft! Aber hat ja sowieso jeder... der YouTube-Cocktail hat auch Flash! Ne! Wollen wir zusammen im Team spielen? Oder wie sieht das aus? Wie gut ist die KI? Also eigentlich schlecht! Also eigentlich könnten wir... alles voll machen und dann... geht das los! Wir werden verlieren! YouTube kann man auch mit HTML5 gucken! Ja, aber das macht ja keiner! Glaubst du? Na gut! Und manche machen das schon! Naja! Egal! Halt! Ich muss noch meine Farbe ändern! Äh... Weil nicht ganz so viel Power... Wie ist ähm... Warum nicht? Nö! Darum! Mhm! Mittel reicht! Nö! Bist du bereit oder was? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Bin immer bereit! Immer bereit! So! Und bin ich überhaupt 7 links? Und du bist rot, ne? Du bist 4... Unten... Okay! Hm... Du bist 7? Ja! Und wieder ne Schulnoten, ne? Bin ich 7? Ich weiß gar nicht! Wieder ne Schulnoten halt! Alles 7, aber nicht so schlecht bist! Hm... Äh... Ich... Bin mir nicht sicher, ob ich ganz links bin! Oh ja, ich werd's schon sehen! Es läuft sich ganz hundertprozentig flüssig! Aber ich hab jetzt keinen Bock die Auflösung nochmal zu reduzieren! Und bei mir läuft's flüssig! Hm... Hm... Nicht so wichtig! Ich hab Keks! Keks! Hm... Hm... Wie viele Frames hast du denn? Ja... 27... Naja... Naja... Aber es wird doch schlimmer als das Problem, hm? Net mein Problem! Dass mal die ganzen Einheiten kommen! Ich soll einfach wenn ich raus, dass ich mehr seh, dann wird's bestimmt besser! Mit Sicherheit! Mhm... Du musst forschen mit der Lancer oder was für zu... Hä? Wollen wir Lancer forschen? Ich baue das nochmal die Basis auf! Ich hab gleich ne Forschungshalle gebaut! Ich hätt gar nichts mehr als meine Karte! Und Strom und so! Ach Strom! Und es geht mein Rechner nicht! Es geht gar nicht! Frauermodul! Oh! Also... Wir sind sehr weit weg zueinander! Na und? Wird mal so festgestellt oder so! Naja... Wir gewinnen trotzdem! Dann muss ich dich wenigstens jetzt sehen, du! Außerdem hab ich Keks! Ja, aber ich hätte ja gerne bei Tech Level 0 angefangen, aber... Ich glaub damit kommt die KI gar nicht zurecht! Ach was! Könnte auch sein, dass die mit T2, also Tech Level 2 auch nicht zurechtkommt, aber wenn wir jetzt sehen! Das noch mal zu überraschen! Wir können auch nur gegeneinander spielen! Konstruktion abgeschlossen! Obwohl ich kann das Spiel nicht so gut! Es müsste es mir dann irgendwie Chancen und Vorteile geben! Wir sind in einem Team, also von daher wird es schlecht! Müssen wir mal anfangen! Ja! Ich meine ja, wenn wir gegeneinander spielen würden! Ja! Dann könnte man was tun! Aber ich kann das Spiel halt nicht! Deswegen müsstest du mir wen vorteile geben! Ich hab das ja irgendwie noch nie gespielt, dieses Spiel! Mhm! Ja, jedenfalls nicht in der Variante, ne? Ja! Okay, doch einmal hast du es ja schon gespielt! Nein! Das war eine andere Version, ne? Obwohl, so viel hat sich da nicht geändert im Multiplayer! Kann man inzwischen mit der Rebellaturplattform rumfahren? Nein! Oh! Du kannst hier schwere Dings bauen! Schwere... ...Leparatur-Einheiten! Also wir haben erstmal nur noch die leichten, aber es gibt auch schwere! Die kannst du erforschen, glaube ich! Zumindest sollte es so sein! Mhm! Wie viele Forschungsdinger kann man maximal haben? Fünf! Mhm! Okay! Ich baue doch mal mein zweites Kraftwerk! Da hab ich mal die ganzen Öl-Dinger anbrennen! Ja, wir haben nur so viele, ne? Also... Also ich hab fünf! Okay, ich hab auch fünf, ne? Ich hab alle fünf gebaut schon! Ich noch nicht, aber können die mal machen, ne? Oh, ich hab grad mal ein Sexte gefunden! Und ich hab meine Kraftwerke beide gleich ausgebaut! Ich nicht! Ist ja auch scheiße! Oh! Ich könnte mal irgendwas erforschen! Mach mal! Ich forsch' Gott, äh... So! Fünf Stück! Und wieder hoch! Und... Und... Hm! Hm! Kommando-Relay-Sender bräuchte ich mal noch eins! Glaub ich! Nein! Wirst du jetzt so einen Kommando-Turm bauen? Vielleicht! Wirklich? Deine Mutter will ich bauen, ey! Konstruktion abgeschlossen! Ach, du selten dem hier voll, Hans! Ich bin total schlau! Ich mein, den... Laster! So! Ja, okay, die sind's! Geistig, ja! Sehr hochentwickelt! Hey, eben hatte ich 30 Frames, hey! Die ganze Zeit 30 Frames, aber ich glaub, mein Speicherplatz reicht nicht! Wer meine? Meine! Hm! Ich hab Platz gemacht! Hm! Oh, Forschung ist abgeschlossen! Hm! Na, Forschung hat ein bisschen den Motor! Hm! Einfach nicht sagen, dass ich mich verklickt hab! Turbocharged Engine! Mögen wir jetzt... Kriegen wir unsere Forschung eigentlich gegenseitig, oder? Ja! Oh, du erforscht die Turbocharged Engine! Nein, das machst du doch! Ach so! Okay! Kriegen wir's irgendwo mitgeteilt, was der andere erforscht, oder? Können sie mal auf das Herz gehen! Oh ne, ich erforscht grad nix! Also hast du kein Herz! Ähm... Schlauer Hand! Schlauer Hand! Ähm... Artillerie! Das war doch die geile Artillerie, oder? Ja! Die hat schön eine Weichweite! Hehehehe! Ja, das war doch die, wo man ganz am Schluss das bekommen hat, oder? Also im Hauptspiel jetzt! Ähm... Zeit mal zum ganz... Ganz... Ja... Ganz... Zum Schluss! So, jetzt bräuchte ich erstmal wenig Kohle! Was, Kohle? Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, 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 Kohle! Gibt ja keine Kohle! Ach, Kohle, Öl! Ist alles derselbe Scheiß! Energieressourcen? Wo? Ach, bei dir! Bei mir! Ich brauch auch noch eine! Ich hab keine... Ich hab nur 6! 6! Energieressourcen! Ich hab jetzt auch 6! Tu, du wirst nie in deinem Leben sechsam! Du wirst ewig deine Jungfrau bleiben! Find ich damit ab! Könnt ihr mal gucken? Ich besetz mal meine siebte! Hm, ich glaub... Ich glaub, hier gab's noch einen Bug! Muss mal gucken, ob der noch existiert! Ich glaub schon! Nein! Konstruktion abgeschlossen! Kann hier nämlich ein... ...Transporter bauen? Nein! Und damit war irgendwas! Ich muss mal gucken, was da noch mal war! Dass du immer so verpackte Spiele rausbringen musst! Grundlagenforschung abgeschlossen! Ach, ich glaub, man konnte 2 bauen! 12 verschiedene... Oh Gott, der Feind überrennt mich! Was? Glaub ich nicht! Das sieht nicht dann doch aus auf der Karte! Doch, guck mal! Die ganzen roten Einheiten! Konstruktion abgeschlossen! Rot ist da fein! Die machen auf jeden Fall was! Ja! Doch! Ja! Die machen mit deiner Mutter was! Ja! Egal, ich baue jetzt erstmal noch ein paar Dinge! Ein Lookout-Tour mehr genau! Irgendwie ein bisschen Sensor-Reichweite und... Was war das Maximum an Fabriken, die man bauen konnte? Alles 5 in der 5! 5! Außer... Ähm... Denk's... Diese... Diese... Power-Generatoren... Die kannst du 8 bauen! Und 40 Öl-Bow-Töne da! Okay! Zumindest ist das bei mir so! Im normalen Spiel ist das ein bisschen anders! Kannst du ein bisschen mehr bauen noch! So, ich brauche noch neue synaptische Links! Ich brauche auch neue Gasturbine! Energieressourcen! Ich brauche Energieressourcen... Was? Nein! Ist bei mir! Auf mich zu verarschen mit deinen scheiß Energieressourcen! Mehr brauche ich gerade erstmal nicht! Okay! Bei Tec-RB2 haben wir noch nicht diese... ...Transporter... Ich glaube die kann man erforschen irgendwie! Später! Deine Mutter kann man erforschen! Hardnet-Sensor-Tower! Ja! Na gut! Ich habe mal einen Look-Out-Turm! Da wo die Explosion irgendwann mal stattgefunden hat! So! Kannst du kommen, Alter? Ja! Ja, der bringt dir aber so richtig was, der Turm! Ja, ne? Das ist ja auch... ...n Turm, den du eigentlich gar nicht erforschen musst! Den hast du vor allem verloren! Das ist bumm! Die da einfach verschwindet, wenn man ihn abreißt! Ich brauche mal einen Sensor-Turm! Wundervollstoff! Also, selbst wenn T einspielen würde trich level 1, dann... ... Poppiele würdest du auch... Hallo! Entsprechend taugt er da noch viel, ne? Ja, gar nichts für dich muss sagen! Prustion abgeschlossen! Konstruktion abgeschlossen! hallo der Fokus auch muss einbauen wo warum weiß ich nicht können wir anheben warum kann man die Dinger überhaupt bauen mein zu wenig gebracht hat er gar nichts naja am Anfang kann man wenn wir jetzt Dings forschen würden diese Scavenger Mauer dann würde man auch Scavenger Mercer weil ich ja so der Freund von Mauern bin ich meine das baut ja drauf auf der Scavenger Mercer auf die Wall da gibt es Sinn dass man eine Wall braucht um Dings zu bauen ja das ist im Warsons schon was auch gewesen ist das irgendwelche konventionelle Musstik die in deinem Ding da spielt oder möglicherweise aha das heißt also ich werde das wahrscheinlich gar nicht also das meiste ist nicht konventionell kann aber sein dass ein zwei Tracks konventionell ich seh schon ich dachte das ganze Let's Battle da nicht hoch Let's Battle ja gar nicht hochladen weil so meine fünf Fabriken stehen dann gleich das glaub ich auch nicht bau ich mal noch ein Ersatzkraftwerk nein ich muss ja auch noch die Fabrikmodule bauen muss ich irgendwelche Abwehr bauen gegen die KI sollen die vielleicht mal fragen langsam also wenn du mal auf dem Numblock das Enter drückst dann siehst du ja was sie bauen wann es da ja so ungefähr was also wenn sie jetzt eine Einheit bauen würden dann würdest du es da sehen und zurzeit haben die nur Trucks so wie wir auch also bauen die zurzeit nichts können uns mit ihren Trucks überfahren können sie ich fahr mal in die feindliche Basis und baue da alles mit Mauern zu oh da kommt ein Truck mir entgegen da fahren Trucks rum der sucht Öl ja wenigstens suchen uns Öl das können sie wenigstens glaub ich also deine letzte KI gefiel mir besser die hat alles zugebaut das war lustig ey der bombardiert mich das ist ja auch grad nur eine Ausweich KI weil ich noch ja die bombardiert mich grad ja ist doch schön Fick dich ich will eigentlich die Daido KI reinmachen aber die hat noch nicht ganz funktioniert also hab ich erstmal eine Standard KI genommen und die ist nicht so gut ja toll und mein Ding geht gleich in die Luft das ist mein Ding schon toll ich hab keine Karte mehr die alte wollte ich nicht behalten weil da haben sich viele beschwert dass sie auf einmal okay ich muss jetzt mal ganz schnell irgendwas wenn ich jetzt doch wüsste wo man wieder Einheiten bauen konnte äh hier nein wo konnte ich zusammenbasteln ganz unten aufs Glaube im Wurfsmenü ich hab da nix was ja ich hab da nix weil du keine Karte hast wenn du keine Karte hast dann geht das nicht wo ist denn hier Luftabwehr Artillerie wir haben Artillerie Maschinengewehr konnte in die Luft schießen oder? ja aber nicht effektiv Lancer Lancer konnte auch oder? nein und das einzige was haben ist wirklich bloß Maschinengewehr der radiert hier nämlich grad mal ne Basis aus ähm ich könnte mal bisschen Flack forschen was fällt es davon? das wäre vielleicht nicht verkehrt der radiert nämlich grad mit zwei Fliegern hier an langsam mal ne Basis aus oder? nein die sind nur noch ein Flieger keine Ahnung wo der andere hin ist aber der ist bestimmt auftanken die müssen auch Nachschub tanken ok ich erforsche mal was erforsche ich denn? ich erforsche mal Neural Synapse Dingsbums damit ich schneller forschen kann und gibt's da nicht noch n Energie Modul? nein die Zeit aus nicht aus nicht aus Ah jetzt sind es schon drei oberen wir auch ok meine eine Fabrik ist schon tot mhm also die Flack ist in Forschung noch ne also ich sag dir denn fertig äh sie sind weg hey das ist ein Atefakt dafür sind sie bei mir jetzt äh sie haben Entwürfe für Cyborg extra entdeckt soll das so sein? dass ich aus meinem eigenen Gebäude Artefakte bergen kann? ja das ist halt wenn die Gegner deine Gebäude zerstören dann kriegst du ein Atefakt ja warum? dann hast du aber nur das was du auch schon hast da stand eben extra Cyborg Modul Dingsbum ja das das hat jeder von Anfang an aha dann baue ich das jetzt mal wieder auf so was könnte man denn noch so erforschen wir haben ja grad Kohlen äh was haben wir denn da so scheiße ok meine Fabrik ist tot die krieg nicht mehr repariert das so wie sie das bombardieren die erste haben sie auch ich habe ja zum Glück noch vier andere ja warte mal ab wie lange Bunkerpasten ist ja alles A-A-H-E-Flag erforsche ich mal Konstruktion abgeschlossen oh ich sehe wieder was ja das ist eine Flag nein ich meine Karte das ist sogar noch upgrade das war denn da jetzt das weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr was für ein Rumpf gut war ok du kannst Schlag bauen ja ja gleich gleich Trex, Hover warum ist das alles bei dir in Englisch? weil ich es noch nicht übersetzt habe oh sie greifen das Gebäude schon wieder an ich bin noch nicht fertig mit meiner Einheit Schlag Gebäude war angegriffen und zwar nur die billige Flag aber vielleicht bringt die ja noch was wenn mir ganz viele davon brauchst dann wird das schon abbringen ja doch die bringen das ich habe schon wieder mein Gebäude abgerissen hmmm Toll, meine Karte ist weg ach, meine auch ich muss mal eine neue bauen ich baue gleich die zweite aber erst baue ich ein bisschen flarakackack s wenn ich sie finde das finde ich nicht so wenn ich sie finde ach da höre ich keine Ahnung an die Aircraft ach echt ja doch das klappt doch nicht du so den Bunker habe ich abgerissen bauen wir mal eine neue Waffenfabrik weil ich brauche 5 Waffenfabriken hallo fahr doch mal weg richtig klick fahr das Ding mal reparieren ja ich hab hier irgendwo ich wäre doch endlich mal fertig ihr Kackflachs fliegt mal über die Flachs ihr Hurensöhne ah schon wieder jetzt haben sie schon mal eine zweite Waffenfabrik abgerissen ich habe eben W50 bekommen was auch immer ja das ist der normale Truck Rumpf toll schön dass man das bekommt echt super ja das ist vom Spiel aus schon das habe ich jetzt nicht reingesetzt das war schon immer so mit was kommt wenn man die gegnerischen Flugeinheiten nochmal ordnet für den Turm CB Turm oder gegnerische Flugeinheiten ordnet VTOL CB Turm ich baue einfach mal von jedem eins du willst die orten ja